Ich bin gerade mit meinem Motorrad auf dem Weg ans Nordkap. Eine mega geile Reise. Und in dieser Folge möchte ich euch mitnehmen über den höchsten Gebirgspass Nordeuropas. Außerdem besuchen wir drei der beliebtesten Ziele. Gairangerfjord, Trollstiegen, Atlantikstraße. Und wir wollen uns anschauen, ob der Weg dorthin wirklich lohnt. Außerdem gibt es noch eine Menge mehr. Und jetzt verpiss dich, du Kackfliege. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, genau so beginnen Tage nach meinem Geschmack. Ja, ich bin hier auf der sogenannten Landschaftsroute Sognefjellet unterwegs. Das ist auch gleichzeitig eine meiner absoluten Lieblingsstrecken in Norwegen. Wer die Strecke hier fahren möchte, der muss zwar einen kleinen Umweg in Kauf nehmen, aber ich kann euch sagen, der lohnt sich definitiv. Die Strecke hier hat übrigens eine Gesamtlänge von so 100, 110 Kilometern und erreicht dabei Höhen von über 1400 Metern. Das ist Rekord in Nordeuropa. Keine Straße ist höher. Das Coole hier, und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes ist, dass man hier entlang der Strecke auf den höchsten Punkten, selbst im Hochsommer noch, also in den heißesten Monaten, und in den vergangenen Tagen war es ja ja verdammt warm, da kann man hier noch eine Schneeballschlacht machen. Aber nicht nur Schneeballschlachten kann man hier oben machen. Die Norweger nutzen den Ort lieber für richtigen Sport. Das ist auch geil. Die laufen hier oben noch Ski. Wir haben fast Juli. Das ist auch cool. Hinten sind auch die Schneeraupen, die Strecke am Parat machen, und die machen hier gerade einen Langlaufwettbewerb. Super. Wir sind alles auf dem Sport. Ich kriege ein richtig schlechtes Gewissen. Nach insgesamt knapp 100 Kilometern endet die Strecke in Lom. Der Ort ist eine wichtige Durchgangsstation für alle, die von hier weiter in Richtung Gairangerfjord fahren. Die bekannteste Sehenswürdigkeit in Lom ist die aus Holz gebaute Stabkirche aus dem 12. Jahrhundert. Natürlich mache ich eine Pause und schaue mir das imposante Bauwerk mit all den beeindruckenden Verzierungen an. Ich finde das Schild rauchend verboten geil. Einmal nicht aufgepasst, zack, ist die Kirche fort. Das wäre tatsächlich ein Jammer, denn mit den vielen Verzierungen ist die alte Kirche echt sehenswert. Deswegen wundert es mich, dass sie mit einer Schutzschicht überzogen ist, die meiner Meinung nach brennbar ist. Das riecht so richtig ungesund nach Teer, Schweröl und was auch immer. Cooler Geruch irgendwie. Okay. So, genug geschnüffelt. Jetzt wird es Zeit, das erste Ziel zu besuchen, das vermutlich jeder auf dem Zettel hat, der nach Norwegen fährt. Auf einer traumhaft schönen Straße sind es ziemlich genau 96 Kilometer bis an den Gairangerfjord. Der wohl bekannteste und demzufolge leider auch meistbesuchte Fjord Norwegens. Der kleine Ort am östlichen Ende des Gairangerfjord hat in den letzten Jahren leider traurige Berühmtheit erlangt. Der Kreuzfahrttourismus brachte hier massive Umweltprobleme mit sich. An windstillen Tagen hingen dichte Abgasschwaden aus Schweröl und Schiffsdiesel über dem Fjord, wie ich selbst entsetzt beobachten musste. Mitunter wurden hier Abgaswerte gemessen, die es locker mit denen einer indischen Metropole hätten aufnehmen können. Diesem Wahnsinn hat die Regierung zum Glück ein Riegel vorgeschoben. Seit kurzem gelten für Kreuzfahrtschiffe strenge Umweltauflagen und die Zahl der Touristen soll mittelfristig reduziert werden. Die Umwelt wird es freuen, die Betreiber der vielen Souvenirshops hingegen weniger. So, wir sind jetzt also in Gairanger. Und wisst ihr was? Da der Ort alles andere als ein Geheimtipp für Individualreisende ist, belassen wir es jetzt auch dabei, dass ich einmal durch den Ort durchfahre. Denn das ist so ziemlich das Touristischste, was ich überhaupt kenne. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch Einheimische ganz normal wohnen. Ich würde sagen, der Ort besteht zu 99 Prozent aus Restaurants und Souvenirläden. Deswegen, ich persönlich finde es hier ganz schrecklich, obwohl ich den Ort, also den Fjord vielmehr schön finde. Aber ich würde hier niemals meinen Urlaub verbringen in dem Ort. Und ja, ihr seht selbst, hier sind unzählige Reisebusse und das ist noch die Vorsaison. Also in den Sommermonaten, gerade wenn in Deutschland Sommerferien sind, in dem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen vor allem, dann sieht das hier ganz anders aus. Deswegen, schnell weg hier, ein letzter Blick. Tschüss Gairanger Fjord. Und jetzt geht es dann hinauf, wieder in die Berge, über die sogenannte Adlerstraße. Oh Mann ey, genau das ist das, warum die Strecke hier so einen Spaß macht. Also, meine Meinung zum Gairanger Fjord. Ja, der ist wunderschön, keine Frage. Aber ich verstehe nicht, warum ausgerechnet der so gehypt wird. Denn es gibt hier zig andere Fjords. Ich bin dann echt an einigen vorbeigefahren, die ich persönlich spektakulärer finde. Vor allem kann man da wirklich kilometerlang direkt am Fjord entlang fahren. Und hier sind es vielleicht mal ein paar hundert Meter. Und wenn man dann an einem Aussichtspunkt ist, an einem der wenigen, dann sind da hunderte von Leuten. Nun gut. Zum Glück aber gibt es sie noch. Die beliebten Ziele in Norwegen, die zwar touristisch sein mögen, die aber allein von der Anfahrt, Motorradfahren vom Feinsten versprechen. Allein die 60 Kilometer vom Gairanger Fjord zu meinem nächsten Ziel sind wirklich atemberaubend. Und dann liegt sie vor mir. Die Trollstiegen. Die Trollstiegen, auf Deutsch die Trollleiter, ist ein spannendes, ja dramatisches Naturschauspiel. Durch eine steile Felswand schlängelt sich die vermutlich bekannteste Motorradstrecke Norwegens hinunter in das fruchtbare Tal des Romsdalen. Auch wenn die Trollstiegen gemessen an der Zahl der Besucher das vermutlich bekannteste Stück Asphalt in Norwegen ist, sollte man sich die Abfahrt hinunter ins Tal nicht entgehen lassen. Ganz oben bietet ein beliebter Aussichtspunkt einen atemberaubenden Blick über die Straße. Ich meine, natürlich ist der Trollstiegen gerade tagsüber, wenn hier alle Leute unterwegs sind, super touristisch und überlaufen. Aber es ändert halt nichts an der Sache, dass es geil ist. Ach ja, kleine Anekdote über den Trollstiegen am Rande. Insgesamt sind es elf Kurven, die hier auf einem Gefälle von zwölf Prozent den Berg runterführen. Und jede Kurve hat einen Namen. Die meisten sind nach Vorarbeitern des Bautrupps benannt worden, die die Strecke hier einst in den Fels geschlagen haben. Bis auf eine Kurve, die Nika-Wähen, die Nika-Kurve, die wurde nämlich nach der Köchin des Bauunternehmens bzw. des Bautrupps benannt. Und somit ist es wahrscheinlich die einzige Kurve auf der Welt, die nach einer Frau benannt wurde. Juhu! So, wir sehen uns gleich bei der Unterkunft wieder. So, ich hatte mir heute im Laufe des Tages spontan eine Unterkunft für heute Abend gebucht und bin da jetzt angekommen. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Also ich kann vorweg sagen, ich bezahle 55 Euro pro Nacht. Und das ist echt wie ein schöner Wohnen, zumindest das Haus. Die Bude von innen habe ich noch nicht gesehen, aber das Haus ist der Hammer, vor allem die Lage. Ja, Tesla vor der Tür, die Berge im Hintergrund, so kann man wohnen. Da schon wieder die Sonne scheint, frage ich Lars, den Besitzer der Unterkunft, was es mit dem anhaltend guten Wetter aussieht. So, als ich gekommen bin habe, habe ich nur Sonne, blühe Skye und guter Wetter. Ja. So, ist es normal? Ich meine, es ist nicht normal, aber was denkst du jetzt über das Wetter? Es ist sehr gut, sehr schön. Es kann auch so sein, und es kann auch 10 Grad sein. Ja. Das ist normal, und das ist normal auch. Aber letzte Sommer war es nicht so. Und ich sah dich gestern, auf deinem Bord, einfach in Schwarz. Und wie viele Tage hast du in einem Jahr, wo du einfach sit da und relaxierst in der Sonne? 30, 40. Wirklich, so viel? Ja. Ich dachte, es ist viel weniger, weil viele Leute sind Angst, dass sie denken, Oh, in Norwegen gibt es nur schlechtes Wetter, aber es ist nicht so. Aber es kann sein. Es kann sein. Es kann sein. Letztes Sommer war es schlauend, kalt. Im Sommer war es nur ein paar Tage über 20 Grad. Warum alle Welt nur vom Gairanger Fjord redet. Guck sich das mal einer an. Das hier ist geil. Das ist ein Fjord. Ja, während ich am Gairanger Fjord halt echt nur ein paar hundert Meter entlang gefahren bin und da tausende von Menschen waren, bin ich hier echt mutterseelen alleine unterwegs auf einer Straße, die könnte auch von Motorradfahrern geplant worden sein. Die macht so einen Spaß zu fahren. Einfach nur geil. So, ich stehe jetzt hier an der berühmten Atlantikstraße an der Westküste Norwegens und das hier hinter mir im Hintergrund, das ist die mittlerweile wahrscheinlich meist fotografierte Brücke Norwegens. Spätestens seit dem James Bond Film, keine Zeit zu sterben, ist die echt in aller Munde. Es ist super stürmisch gerade und ich hatte eigentlich vor, hier mal die Drohne steigen zu lassen, um euch das Ganze aus der Vogelperspektive zu demonstrieren, denn dann ist es echt spektakulär schön. Aber wenn ich das machen würde, dann wäre die Drohne, da wäre die direkt weg irgendwo da hinten im Atlantik. Deswegen lasse ich das lieber mal. Aber bevor ich mich hier totquatsche, würde ich sagen, wir setzen uns jetzt mal aufs Moped und fahren die Strecke einmal. So, das ist sie jetzt also hier, die Atlantikstraße. Hat eine Länge von insgesamt knapp 8 Kilometern und der eigentliche Teil, der berühmte Teil, den man immer wieder auf Bildern sieht, der ist eigentlich relativ kurz und den befahren wir jetzt gerade. und das häufigste Motiv ist definitiv die Brücke, über die wir jetzt drüber fahren. James Bond ist hier mit seinem Aston Martin drüber gefahren und ja, in dem Film sieht das natürlich alles ganz anders aus als jetzt hier in echt. Da wirkt die Brücke viel länger, das wurde mit einem fetten Equipment gedreht mit Hubschraubern, mit teuersten Kameras und ja, nichtsdestotrotz ändert das nichts an der Tatsache, dass es aus der Luft halt nun mal geiler aussieht als hier von der Straße selbst. von hier ist es echt recht unspektakulär und man könnte meinen, dass man hier, wenn man hier unterwegs ist, einfach sonst wo in Norwegen fährt. Also von dem typischen Feeling einer sogenannten Atlantikstraße merkt man hier jetzt recht wenig, vor allem ist hier echt viel Verkehr. Ja, das war es dann halt auch schon mit der sogenannten Atlantikstraße. Da kommen jetzt da vorne noch ein paar kleinere nette Stellen, aber das sind auch nur ein paar hundert Meter. Deswegen verstehe ich einfach nicht den Hype. Ja, ja, die Atlantikstraße, da streiten sich echt die Geister. Aber zumindest habe ich hier ganz in der Nähe einen coolen Spot zum Wildcampen gefunden. Und ja, morgen werde ich dann eine Küstenstraße fahren, die den Namen wirklich verdient. In meinen Augen eine der schönsten Küstenstraßen der Welt. Es ist gerade ein bisschen frischer geworden, deswegen trage ich zum ersten Mal meine neu erworbenen Norweger Pullover. Ihr könnt übrigens mal in die Kommentare unten schreiben, falls ihr die Atlantikstraße schon mal gefahren seid, wie sie euch gefallen hat und wie euch der neue Pullover gefällt. Das würde mich mal interessieren. Da gab es ja dann bei Instagram eine Abstimmung. Nichtsdestotrotz würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Und bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren. So, das war es jetzt für heute.